alles ändert Hallihallo Hallöchen, ich spiele mit LS17 Heute gibt es mal eine Mordvorstellung von meiner gewöhnlichen Charakter Heute mache ich eine Mordvorstellung von der Südtemann Aber es geht hier um den Traktor, um diesen Fendt Den wollen wir uns eigentlich mal genauer anschauen Zuerst gehen wir doch mal zum Händler und schauen uns da das Teil eigentlich an Genau, und das ist der Fendt GT255 für 45.000 Hat eine Leistung von 135 PS 99 kW, kostet 80 Euro am Tag Passend sogar 851 Liter rein Weiß man nicht wohin, dass da alles geht Und hier haben wir da einen Haufen verschiedener Möglichkeiten Optionen, Anbaugeräte und so weiter Frontlader können wir da anbauen Die Hauptfarbe wählen Räder, gibt es Breitreifen oder Standard Dann können wir das Kennzeichen sichtbar oder unsichtbar Und eine Plattform können wir montieren Aber das zeige ich euch jetzt mal alles hier Genau, wir gehen mal eigentlich hier grad mal zu unserer Werkstatt Und werden uns das Teil da mal anschauen Ich finde es eigentlich ganz cool Ich habe zum Anfang Werd ihr denn noch ein Video sehen Habe ich da auch Probleme gehabt Das zu konfigurieren Und zwar dachte ich Ja gut, konfigurieren Machen wir hier mal Frontladeranbau Ok Konfigurieren, jawoll So, dann ist das da weg Dann kann ich da am Frontlader montieren Und hab da so eine schöne Holzkiste Kann da noch was reinschmeißen Kann man natürlich brauchen Auch grad Ich brauch den Traktor eigentlich hier für meine Tiere So, wir konfigurieren da mal weiter Wir können dann noch Plattform ein Kennzeichen lassen wir auch mal ein Und machen da mal Standardräder drauf Konfigurieren, jawoll So, jetzt haben wir da schmalere Räder Und jetzt haben wir da so eine Plattform Da können wir dann natürlich noch Spanngurte montieren Können wir irgendwas palettentechnisch drauf stellen So sieht das eigentlich aus Da haben wir das Nummernschild Das machen wir jetzt auch mal weg Vorne haben wir es eigentlich hier unten So konfigurieren wir da mal weiter Nummernschild unsichtbar Standard, das lassen wir mal aus Und ich hab ja vorhin eigentlich Da Frontlader aus Und Plattform aus Und dann bekommen wir eigentlich hier so So ein schön Kipper Da passen Sage und Schreibe Muss ich da nochmal schauen 8500 Liter rein Und das ist natürlich ganz genial Wenn man das Teil natürlich auf dem Hof braucht So wie ich Ich werd damit eigentlich hier meine Tiere versorgen Weil meistens fehlt ja nicht so viel Aha Ich brauch eigentlich ein paar Rüben oder Kartoffeln Dann kann ich eigentlich hier irgendwo hin fahren Schnell mal Ich fahr hier eigentlich drunter So Nehmen wir doch mal Rüben Schmeißen wir da mal ein paar Rüben rein Jawoll So und damit können wir dann eigentlich schon wieder los Fahren damit zum Ähm Ich fahr jetzt zum Beispiel zu den Schweinen Wir können da natürlich auch Stroh Lose Stroh rein Äh Rauf machen Reinschmeißen Oder Eigentlich können wir alles laden Mit dem Teil Alles was es gibt So und dann schmeißen wir das hier einfach Zu den Schweinen Ist natürlich Jetzt nicht eine große Menge Seht ihr ihr braucht eigentlich auch nicht viel Und von daher ist der Traktor natürlich ideal Jetzt haben die eigentlich schon genug Rüben Die anderen kippe ich wieder zurück Also eigentlich ein ganz geniales Teil hier für den Hof Ich sag man kann es nochmal die Werkstatt auf dem Hof hat schnell konfigurieren Frontlader anbauen Oder Plattform Kann man da irgendwas Palette Mit Kraftfutter oder so holen Für die Äh Nein Schweinefutter Kraftfutter gibt es ja nicht auf Paletten Schweinefutter für die Schweinchen Oder Dünger Oder Dünger Oder sonst irgendwas Oder Saatgut Kann man natürlich auch da Äh Zur Feldarbeit einsetzen Kann man natürlich wenn man auch möchte Noch ein Anhänger hinten dran tun Und Äh Ja auch vorne und hinten befüllen Aber ich denke hier für den Hof Wäre das eigentlich ein Oder ist das eigentlich ein idealer Traktor Ich habe mir den eigentlich schon zugelegt hier Für die Südhämmern Ich schau mal Jetzt werde ich mal hier Das immer wenn man da ins Menü geht und dann noch rollt So Stroh brauchen die Schweine noch Wenn wir da mal Stroh noch fahren Ich sag das ist eigentlich recht praktisch Man muss eigentlich mit einem Gerät hier Kann man hier eigentlich ziemlich alles für die Tiere erledigen Auch wenn nicht eine große Menge reinpasst Aber wenn man eigentlich immer mit der Arbeit Äh Nicht bis zum Schluss wartet bis alles leer ist Sondern Schon vorher mal geht Dann ist das eigentlich gar kein Problem So Ich glaube hier kommt das rein Jawohl So So da hat jetzt alles rein gepasst Kann ich dann noch Ja auch Stroh ist jetzt eigentlich voll Genau Jetzt haben wir hier eigentlich noch den Das Wasser was noch fehlt Auch das können wir natürlich hier Mit den Gerade selber machen Können Würde sich eigentlich sowieso anbieten Wenn man das vorne hier voll macht Kann man gerade das Wasserfass mitnehmen Auch wenn man da zu den Ähm Schafen oder so geht Da ein bisschen Ein bisschen Heu hinbringt Oder vielleicht sogar frisches Gras Kann man hier den Das Wasserfass gerade mitnehmen Seht ihr eigentlich ein ganz genialer Traktor Für solche Arbeiten Muss ich echt mal sagen Sieht auf den ersten Blick zwar komisch aus das Teil aber Sehr sehr praktisch meiner Meinung nach So seht ihr und schon sind die Schweine relativ gut wieder versorgt Können sie sich da vermehren Können wir die nachher verkaufen Hier könnten wir zum Beispiel Silage holen Für die Kühe Das da rein kippen Ich weiß gar nicht ob bei den Kühe Silage ist eigentlich voll Müssen wir jetzt nicht Aber das würde natürlich auch gehen Kippen wir das da rein Dann bringen wir das so den Kühen rüber Richtig cooles Teil Jawohl ich werde Oder ja eigentlich gibt es den Im Spiel selber Könnt ihr den runterladen Für den PC gibt es das schon Für die Playstation Könnte ich mir vorstellen damit der auch noch kommt So ich musste eigentlich müsste da noch wasser holen wir fahren den anderen dann weg Vielleicht kommt sogar durch Jawohl Wie gesagt gibt es den eigentlich im Spiel unter mods findet ihr eigentlich den Traktor schon Ansonsten auf der offiziellen Seite von Landwirtschaft Simulator Ich werde noch schauen werde euch da noch einen Link und das Video machen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal